Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so vor neugem Tag Und dann gleich vor der Kamera Aber Also Genau Also mein Problem ist, was ich habe Ich bin so selbstkritisch, dass ich mit mir selbst so unzufrieden bin Und mich theoretisch immer nur mit anderen schönen Männern vergleiche Und dadurch extreme Selbstzweifel an der Selbsthabe Und immer versuche, so schön wie diese Menschen zu sein Und mich dadurch Das Problem ist, der bringt das nichts an mich anderer, das es mir sagt, weil ich glaube, es ist der Problem Ich weiß Das ist mein Problem, was ich habe und ich merke, wie sehr das schon an mir nagt Und wie sehr ich zum Beispiel bei Fotos bin, kann kein normales Selfie mehr machen Weil ich mich auf jedem Foto hässlich finde, auf jedem Das ist absurd, Alex, wirklich Ja, wirklich Ja, das sage ich 100 Mal Aber es ist noch mein Alex Schon ein schönes Lächeln So schöne Augen So ein schönes Gesicht So eine Ausstrahlung So eine Persönlichkeit Und dann nicht zu haben, wenn ich war nicht Ich weiß nicht, wie ich mit dem umgezogen habe Oder ob ich das ändern kann Und die Frage ist, warum du so unsicher bist Normalerweise spielst du das in der Persönlichkeit dann wieder Na ja, ich glaube, dass du das auch sehr gut überspielen kannst Ich spiele das bis dahin Also ich kenne das ja Wie gesagt, da habe ich noch nie jemandem gesagt, dass das eigentlich so ist, dass ich Ich habe immer selbst zu verhindern habe, was ich mag Das kenne ich Also ich glaube, dass du das einfach auch gut überspielen kannst Ich glaube, ich würde mich halt bewusst mit den Problemen, die du mit dir selber hast, auch wirklich versuchen, sie einmal herauszufinden Weil ich finde, man weiß manchmal nicht oder man versucht absichtlich nicht daran zu denken, warum man vielleicht unsicher ist Einfach um sich selber gar nicht damit auseinanderzusetzen Weil ich glaube, es ist für dich halt auch sehr unangenehm, dich damit auseinanderzusetzen, oder? Nein, nicht unbedingt, weil es ist ja nicht so, als würde ich mich selbst belügen Also ich weiß ja genau, was das Problem ist Aber ich schaue mich in den Spiegel und denke mir, um Gottes Willen Aber warum? Wie, aber was? Ja, alles! Ich habe das Problem, wenn ich mir zum Beispiel andere schöne Männer im Internet anschaue, dann denke ich mir, warum schaue ich nicht so aus? Aber das ist ja ein Problem Warum willst du es so aussehen? Man soll sich mal einen vergleichen Ja, weil ich mache das automatisch Aber du weißt ja eigentlich selber, dass das, was du im Internet siehst, nicht die Realität ist Ja, weil ich will diese fake Realität in Realität haben Ja, ich verstehe das auch teilweise, wenn du sagst, warum du schon so gut hast, weil ich mit der Kröpfung trotzdem hingehen und auch abschaue Vielleicht ist es einfach wichtig, dass du dir selbst mehr gönnst, wo du dich selber wohlfühlst Also vielleicht gibt es einfach Momente oder Situationen, wo du dich schöner fühlst Mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendwie meine Haare ein paar Tage nicht schön habe, fühle ich mich total jährlich Obwohl eigentlich nichts anderes ist, außer ich habe meine Haare nicht schön gelockt oder so Vielleicht hast du auch solche Dinge, dass du sagst, okay, du fühlst dich automatisch schöner, wenn du immer was Schönes anhast Oder wenn du immer deine Haare gesteilt hast oder so, dass du einfach wirklich nur schaust, dass du immer das machst, aber für dich Weil du dann irgendwie mehr Selbstsicherheit für dich selber bekommst Oder schaust du dich einfach in den Spiegel an und denkst dann, ach, alles ist Christos hoffe Das wäre wirklich absurd, weil ich glaube, alle könnten unten kommentieren, wie schön ein Aquamarine ist Ja, es wird nicht helfen Es wird nicht helfen Ich meine, mach das trotzdem, aber es wird nicht helfen Wenn ich mir die Haare mache, dann habe ich dieses Gefühl, warum habe ich nicht mehr Haare, warum habe ich nicht mehr Haare, warum habe ich nicht mehr Nocken, warum habe ich das alles nicht, was ich gerne hätte Ich habe nichts von dem, was ich gerne hätte Ohne böse zu klingen und böse zu sein, dann ist es immer generell mit Problemen beschäftigen, die es tatsächlich auch da was gibt Weißt du, was ich meine? Eh, mein Problem ist das Ergebnis Ich werde dann immer so brunschingen und denken, oh mein Gott, bin ich froh, dass ich so ein Leben habe, oh mein Gott, bin ich froh, dass ich so einen Job habe Vielleicht einfach mal andere Leute, dass das auch nicht Es stimmt eh Was ich auch, was eher ein bisschen so dann ist, dass du wirklich versuchst, eher das hervorzuheben, was du magst, irgendwas musst du ja auch an dir mögen Auch wenn es nur zeitweise so ist Du solltest dich halt echt einmal vielleicht bewusst Sachen suchen, die dir gefallen Auch wenn du das jetzt als Challenge siehst, okay, ich beobachte mich jetzt mal eine Woche und vielleicht gar nicht nur äußerliche, sondern vielleicht auch Charaktersachen, weil das gehört ja zu dir Du bist ja nicht nur eine Wille Ja, weil den Charakter sieht man ja Darum geht es gerade nicht Das stimmt überhaupt nicht Ich, ich muss nämlich gar nicht sagen, ich war immer der oberflächigste Mensch, den es gibt auf der Welt Für mich war wirklich erster Eindruck und wenn der dann perfekt war, keine Chance gehabt Und mittlerweile ist es aber so, die Personen, wenn die undlustig sind oder so arrogant, das interessiert mich nicht Und ich finde die Personen nicht schön, obwohl die vielleicht optisch bombastisch aussehen kann Genau, das stimmt Oh, was für ein schöner Mann Das interessiert mich nicht Was ich viel cooler finde oder anziehender finde ist, und das macht schon extrem viel aus Wenn man eben einfach Humor hat Humor Sympathisch ist Ausstrahlen 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 Und die hast du wirklich hundertprozentig und man mag die einfach Und ich glaube, dass du dir auf das auch, dass man sich auf sowas konzentrieren sollst Ja Ich glaube, das Problem ist auf einem ganz anderen höheren Level, nämlich diesen unglaublichen Fake-Instagram-Social-Media-Lineen Das würde mich so unglücklich machen und ich glaube, ich bin da ganz bewusst, dass ich sage, nein, ich folge niemandem, der so mega org bodymäßig unterwegs ist Und ich glaube, du tust da selber nichts Gutes, wenn du dich konstant mit dem auseinandersetzt Weil in Realität müsste dir das bewusst sein, dass das entweder Photoshop ist oder der Mensch eigentlich gar nicht so glücklich ist, wie das vielleicht scheint Also ich würde mich vielleicht nicht konsumieren Instagram soll nicht dazu da sein, dass du dich schlechter fühlst danach, sondern eigentlich, dass du dich motiviert fühlst Da bin ich genau in diese Falle getappt, wo wir andere eigentlich auch so waren Ja Und das wäre halt echt schade drum, vor allem, weil du ja auch mit der Plattform arbeitest Das heißt, du müsstest eigentlich noch genauer darauf achten, dass die diese Plattform eigentlich dich nur pusht und nicht runterzieht Weil ich glaube einfach, dass das sogar in meine Kindheit zurückgeht Dass ich von meiner Familie nie für wirklich etwas gelobt worden bin, was ich bin oder was ich mache Und dass ich darum extrem bei mir versuche, so perfekt wie möglich zu sein Und irgendwann einmal anerkennen, zum Beispiel von meiner Mutter zu bekommen Ja, sehr Ich habe es schon als ein Nebenbein gesagt, ihr habt es aber das ist eigentlich der Ursprung, du sagst es so raus Ja, weil sie denken, ich habe so eine liebe Familie und ich liebe sie über alles und sie sind ja wirklich nett zu mir Ich glaube, insgeheim habe ich immer dieses Bedürfnis, dass ich irgendwann, dass meine Mutter mal sagt, das schaut toll aus Meine Mutter schaut zum Beispiel gar nichts von dem, was ich mache Hast du deiner Mama schon mal gesagt, dass es dir sagt, das schaut irgendwie bedeutend Ja, aber sie sorgt dann einfach drauf, es gefällt ihr nicht und bevor sie mir schlecht besuchen sagt, schau, dass ich es gar nicht brauche Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass du dir selber bewusst machst, dass du nicht die Meinung anderer zuerst brauchst Auch wenn es deine Mama ist, grundsätzlich, wenn du mit dir selber zufrieden bist und dem, was du machst, gut findest wirst du nicht die Bestätigung anderer Menschen brauchen, egal ob es jetzt ist auf Social Media oder in Real Life Ja, vor allem, wenn es sich glücklich macht, dass du erst mit YouTube Dann sollte das das Allerwichtigste sein und dir vielleicht das Feedback dann von den Menschen anhören, die das auch unterstützen Ja, aber kann man das so einfach rumschweifen? Ja, es ist nicht klein, da muss man arbeiten, aber es geht nicht Ja, wir haben zum Beispiel immer das Bedürfnis, meiner Mutter davon zu erzählen, was ich gemacht habe, was ich erreicht habe, was ich jetzt zum Beispiel wieder machen darf Und ich weiß ganz genau, sie müssen es nicht hören Vielleicht versteht sie es auch gar nicht, wenn es anderen interessieren würde, dem du es erzählen kannst Ja, schon, aber es ist für mich nicht an so einem Stellenwert, wenn es manchmal eine Mutter sagt Aber ich verstehe es schon, aber meine Eltern auch, die haben ganz lange braucht, bis sie eigentlich akzeptiert haben, überrissen haben, was ich eigentlich mache Und ich will ihnen auch nichts zeigen von mir, weil ich wusste, dass es ihnen nicht dauern wird Ja, genau Und jetzt, sie sind so stolz, sie sagen nur, dass sie jeden Tag, jeden Tag kann gut Ich auch das warten Und vielleicht, und es ist ja das, was sie braucht und es stimmt auch Ganz ehrlich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass du damit rechnen kannst, weil es gibt sicher Eltern, bei denen wird das nie kommen Und deshalb solltest du auch gar nicht darauf warten, sondern ich würde wirklich schauen, dass du dir selber den Gefallen tust und jemanden findest, dem du es erzählen kannst, der sich freut Wo du Feedback kriegst und sagst so, hey, hast du gut gemacht? Du hast eh gut Vielleicht Es kann sehr wohl sein, dass es bei deiner Mama irgendwann diese Switch gibt Meinen Papa erzähle ich bis jetzt nicht alles ganz genau, weil er erstens hat keinen Plan davon Zweitens, bis vor einem halben Jahr haben wir immer noch gesagt so, hm, willst du nicht doch lieber studieren, bla 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 Und damit kannst du ja nicht leben, bla 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 Und meine Schwester zum Beispiel war die einzige, die von Anfang an hinter mir stand Aber glaubst du nicht, dass du zum Beispiel das Problem von der einen oder anderen Seite angehst, dass du es einen ausgekommen auf die andere Seite hast Weil wenn du jetzt zum Beispiel super selbstsicher bist, dich mega hübsch fühlst, keine Zweifel mehr hast in deinem Aussehen und an dem, was du machst Wird automatisch die andere Partei realisiert Moment, wo kommt diese Selbstbewusstsein her, wo kommt diese Selbstsicherheit her Und dann werden sie auch umdenken Umgekehrt kannst du natürlich auch mit ihnen arbeiten und so das erlangen Aber vielleicht geht es über deinen anderen Weg auch so Ja, voll Kannst du ja auch mal fragen, ob deine Mama einfach mal Lust hat mitzugehen Weil ich offensichtlich ist glaube ich ein großer Punkt, warum sie nichts damit anfangen kann, weil sie es nicht versteht Ich habe auch Verständnis Vielleicht solltest du sie mal mitnehmen zu einem Ding, wo du im Fokus bist Also zum Beispiel zu einem Fan treffen Wo sie sieht, wie viele Leute du eigentlich erreichst Und was du in den anderen Leuten auswirst Oder wenn du zum Beispiel einen Talk hast oder einen Auftritt oder irgendwas Wenn du irgendwas hast, wo nur du im Mittelpunkt stehst Dass du sie da mitnimmst Aber sie kommt nicht mit Ich hätte sie schon so oft auf einen Auftritt von mir mitgenommen Aber sie geht einfach schlichtweg nicht mit Dann sagst du einem meiner Mama Würste zum Geburtstag Pass auf Morgen bist du dort Sonst haben wir ein Problem Kerst 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 Pass auf Fans sollen Alex Mama einen Brief schreiben Sie sollen unbedingt mal auf einen Auftritt von Alex gehen Ich glaube, ich habe das schon sehr stark geholfen Ich glaube, das ist der Auslöser von meiner Unsicherheit Also ich habe sie schon sehr lange angesehen Danke für eure Tipps, Sophie Du bist wunderschön Gruppenkuscheln Yay Irgendwann sitzt man wie fünf so Leute Omas da auf dieser Couch Stricken und sein Schatz Weißt du doch nicht Was ist denn du? Was ist denn du? Wir lieben dich Wenn ihr vielleicht auch noch Tipps dazu habt Oder wenn es vielleicht irgendjemandem von euch da ähnlich geht Haut es mal rein in die Kommentare Und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Tschüss Ciao 12 13 W 20